Moinsillen, Freunde der Sonne. Ich bin die letzten Tage in so ein richtiges Rabbit Hole rein, aber mit einem Kopfsprung. Und ich würde heute gerne über dieses wunderschöne Gerät hier sprechen. Und mehr erfährst du nach dem Intro. Also, Intro ab! Also, ich hab nun die letzten Tage mich so ein bisschen mit Custom Keyboards auseinandergesetzt und... Boah, ich hab jetzt mittlerweile schon zwei Stück davon und das hat ganz schön viel Spaß gemacht, das zusammenzubauen. Kommen wir mal zu diesem guten Stück. Das ist eine Glorious GMMK Pro. Und hier dran wurde ein bisschen was modifiziert, denn das ist nicht einfach nur eine Tastatur mehr, sondern eigentlich schon so ein Hightech-Schreibtisch-Schreibgerät, um Schriftsteller zu werden, weil man einfach so geil darauf tippen kann, dass man seine Hände davon gar nicht mehr loslassen kann. Gucken wir uns erstmal kurz an, was mir Glorious in Zusammenarbeit mit dem Gehäusekönig zugeschickt hat. Ich hab hier nun also die GMMK. Die kam roh und das heißt Barebone, 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 also die ist nackig. Da ist nix drin, das ist nur die Platine und das Gehäuse, mehr oder weniger, mit einem Drehknauf dran. Das ist eine 75%-Tastatur und hier war nix drin. Dann kamen noch dazu schöne Keycaps. Das ist auch von Glorious, das sind die G, P, B, T. Die sind in Anthrazit und finde ich persönlich sehr, sehr schick und machen einen schlanken Fuß. Dann habe ich noch eine neue Nop hier, habe ich auch noch dazu gekriegt. Die ist Gold. Schöne Akzentfarbe, erzähle ich euch gleich mehr, warum die hier oben nicht drin ist. Dann habe ich hier noch schöne Switches gekriegt. Und zwar die Gatron im Braun. Und die Dinger, die machen richtig Spaß. Also ich habe ja mittlerweile schon ein, zwei Switches ausprobiert. Also ich habe hier auch noch rote rumfliegen und ich habe auch weiße verbaut. Aber das könnt ihr euch dann gleich mal anhören und auch ansehen, wie die Dinger so drauf sind. Ich habe hier übrigens noch eine Backplate gekriegt. Aus Bronze. Brass. Die schraubt man sich damit rein für Tonzwecke, damit beim Drücken ein anderer Sound entsteht. Also Custom-Tastaturen sind wirklich so eine, ich will nicht sagen Kult, weil Kult ist immer so negativ behaftet, aber so eine Menschen, die so richtig Bock auf eine Sache haben und sich da richtig reinschmeißen. Und solche Leute bauen sich Backplates ein für den Sound. Aber gut, was gab es denn noch? Kartons, die umfallen, weil ich doof gestapelt habe. Naja, Lego war noch nie so meins, ne? Ich habe hier noch ein Loop-Kit gekriegt. Und ab hier wird es richtig fancy für meinen Geschmack. Denn es ist nun so, dass es Menschen da draußen gibt, die ihre kompletten Switches auseinander bauen. Und das heißt, du baust die wirklich in Einzelteile auseinander und dann fettest du die, baust die wieder zusammen und dann haust du die erst in die Tastatur rein. Und boy, oh boy, ich habe wirklich gedacht, was soll der Quatsch denn? Das ist doch so viel Arbeit, das ist doch total bescheuert. Ah, little did I know, dass das wirklich einen sehr großen Unterschied macht. Hm, also die Tasten auf der Tastatur, die gehen so butterweich und die klingen so anders, wenn du sie beschmierst. Also es ist irgendwie ein bisschen zärtlicher, nicht mehr so rau und nichts klackert mehr so richtig, sondern die Dinger gehen einfach wie ein Gedicht hoch und runter. Ich würde euch jetzt ganz gerne mal eine Timelapse einspielen von dem Bau. Oh, denn ich habe diese Tastatur, die jetzt hier auf dem Tisch liegt, in fünfeinhalb Stunden zusammengebaut, komplett entkehrend, alle Switches gelooped, komplett wieder zusammengebaut und dann wieder reingeschmissen. Also, viel Spaß mit der Timelapse. Bis zum nächsten Mal. 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 Ich werde nie wieder eine andere Tastatur benutzen. Nicht unbedingt diese. Ich werde bestimmt noch viel andere ausprobieren. Eine Custom-Tastatur ist einfach der absolute Hit. Es ist wirklich so unfassbar schön. Es ist robust. Also es ist wirklich ein richtiger Brocken, den du auf dem Tisch hast. Es fühlt sich super wertig an. Der Klang der Tasten ist einfach so unfassbar schön. Und du kannst es dir auch selber noch aussuchen, in welcher Form diese Tastatur klingt, indem du dir andere Switches einbaust, indem du loops, indem du modifizierst und das Gehäuse mit Schaumstoff und Dämmmatten füllst. Du kannst die Keycaps alle ändern, so wie das für dich aussehen soll. Du kannst jede Taste einfach mit irgendwas belegen, was du willst. Und es ist einfach so unglaublich schön. Ich möchte dazu sagen, dass ich am Anfang wirklich sehr, sehr skeptisch war, weil ich das nicht verstanden habe, was Leute an diesen Tastaturen finden. Und der gute Gimpanse hat davon so geschwärmt im Hardcast und ich habe immer gesagt, ach komm, das ist doch Quatsch. Ich habe doch nur wirklich schon alles in der Hand gehabt. Ich habe 300 Euro Tastaturen in der Hand gehabt. Ich habe 100 Euro Tastaturen in der Hand gehabt. Es ist doch alles Tünne. Was soll das? Und irgendwie sind wir dann nochmal darauf gekommen. Und dann habe ich mich damit wirklich mal auseinandergesetzt und hatte das Glück, dass mir zwei Firmen welche zukommen lassen haben, um das mal auszuprobieren. Und boy, oh boy, die Menschen hatten alle recht damit. Ja, ich war sehr anfällig dafür und muss wirklich gestehen, dass sich meine Meinung diesbezüglich definitiv ändern muss. Es ist wirklich einfach nur geil. Jetzt ist die Frage, was ist denn daran geil? Für mich persönlich ist es die Möglichkeit, jeden Switch dort reinzubauen. Das heißt, das ist Hotswappable. Du kannst jetzt eine Taste rausziehen. Du kannst den Switch rausziehen. Dann kannst du den einfach reinstecken. Du kannst eine andere Keycap drauf machen. Und das geht super einfach mit den Tools, wie ihr in der Timelapse gesehen habt. Und man kann im Grunde genommen eigentlich gar nichts falsch machen. Bei der Glorious, muss ich dazu sagen, gibt es bei Glorious selber auf dem YouTube-Channel unglaublich gute Tutorials. Also Chapeau an Glorious. Wenn du Angst davor hast, brauchst du überhaupt nicht haben. Das wird super schön dir aufbereitet und gezeigt, wie du dort die Switches rausbauen kannst. Wie du die Backplate rauskriegst. Wie du die ganze Tastatur auseinandernehmen kannst zum Reinigen bzw. Modifizieren. Also wirklich unglaublich toll gemacht und nimmt einem auch die Angst davor. Man hat nämlich, glaube ich, ein bisschen Angst, wenn man solche Dinger zusammenbaut. Was ich jetzt kurz festhalten möchte als kleiner Negativpunkt. Man ist ein bisschen eingeschränkt mit dem deutschen Layout, was beispielsweise Keycaps angeht. Die meisten sind in ANSI. Da müsst ihr, wenn ihr eine kauft, darauf achten, ob es ANSI oder ISO-D ist. Weil ANSI sind amerikanische Tastaturen bzw. englische Tastaturen. Da gibt es ja noch ISO-UK. Also da müsst ihr wirklich aufpassen beim Einkaufen. Und es gibt wenig Keycaps dafür. Und das finde ich ein bisschen schade, aber dem ist dann so. Vielleicht wechselt man irgendwann dann auf ANSI. Ich habe jetzt sehr viele Menschen auch in der Community gehabt, die mir gesagt haben, dass sie auf ANSI gehen oder gegangen sind, weil es einfach keine Keycaps gibt. Und da solltet ihr auch ehrlich gesagt gar nicht anfangen nachzugucken, weil das ist ein absoluter... Also wirklich, es gibt so schöne Keycaps, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Mein absoluter Favorit, würde ich euch empfehlen, ist Pudding. Pudding heißen die. Pudding Keycaps. Viel Spaß beim Gucken. Da freut man sich drüber. Nun gut, kommen wir zurück zu der Tastatur. Glorious hat eine hauseigene Software dazu, die man installieren kann. Was dort leider nicht drin ist, ist ein Key-Tester, was ich ein bisschen schade finde. Es gibt eine Software, die nennt sich VIA. Und in dieser Software kann man alle Tasten belegen, wie ihr das wahrscheinlich auch von euren Standardmarken kennt. Ihr habt Razer, Razer, Corsair, Blindcast hatte das früher auch. Also sowas ist dann VIA für Tastaturen und dann kannst du wirklich alles machen, was du möchtest. Du kannst dann alle Tasten drücken und ausprobieren. Das ist auch super wichtig. Hier mal ein kleiner Ausschnitt. Weil das kann nämlich durchaus mal passieren, dass dir ein Pin beim Reindrücken des Switches umbiegt und dann funktioniert die Taste nicht. Also vorher immer schön testen, bevor ihr die Key-Caps drauf macht und das zubaut. An der Stelle auch noch ein kleines, ja, das ist mir ja so, glaube ich, eine persönliche Präferenz. Hier drin ist ein Reset-Button. Weil ich habe diese Tastatur mit einer neuen Filmware bespielt, dass ich das genau in VIA benutzen kann, weil ich habe es in VIA leider nicht integrieren können, ohne die Filmware hier raufzuspielen. Und leider hatte ich einmal eine falsche Filmware und die ganze Tastatur war einfach aus. Und das ist ziemlich doof, weil man muss die ganze Tastatur wieder auseinanderbauen, weil der Reset-Knopf ist unten auf der Platine drauf und da kommt man von außen nicht dran. Also eventuell, Glorious, falls es möglich ist, in den nächsten Chargen, wenn ihr die eventuell weiterentwickelt, hier unter der Leertaste sind zwei Schlitze. Warum ist da nicht ein Reset-Knopf? Wäre doch viel geiler für den Kunden, oder? Also, dass man dann hier rangehen kann, einen Knopf drücken kann und das resetten kann. Andere Hersteller haben das auch, also die ich jetzt mal ausprobiert habe. Das wäre wirklich super klasse und total toll für den Endanwender. Auch der Key-Tester wäre super schön, wenn er in der Software mit drin wäre. Aber das sind so Kleinigkeiten. Die können frustrierend sein, müssen aber nicht frustrierend sein. Ansonsten, out of the box, unglaublich schön. Ganz, ganz tolles Gerät. Hat mir richtig Spaß gemacht, das zusammenzubauen. Darauf zu schreiben ist super schön. Eine Sache ist wirklich doof. Die Nobs, also meine Nob zumindestens, die für die Lautstärkeregler hier oben und Pause oder was auch immer du da später drauf belegen möchtest, die habe ich einfach gar nicht mehr abgekriegt. Meine habe ich raufgesetzt und die muss man zum Auseinanderbauen runternehmen. Die kann man dann hier einfach abziehen. Die hier, die geht super simpel, aber die andere gar keine Chance gab, die abzukriegen. Also wirklich gar keine Chance, die runterzukriegen. Ich musste mit einem Schraubenzieher unterhebeln und habe fast das ganze Innenleben rausgezogen. Also die war wirklich ziemlich tight da dran. Ich weiß nicht, ob das irgendwie an der Produktion liegt, dass da vielleicht kleine Abweichungen sind, aber das war wirklich unschön. Und eine Sache hatte ich noch und da möchte ich euch darauf hinweisen, weil das bei Chimpanse auch passiert ist. Meine Leertaste, die war zu sehr geloopt. Also da war zu viel Fett gerade und jedes Mal, wenn ich sie gedrückt habe, ist sie hängen geblieben. Das heißt, wenn du dir eine GMMK kaufst und eventuell das selbe Problem hast beim Zusammenbauen und deine Leertaste nicht hochgeht, musst du das ganze Ding auseinanderbauen und die Stabilizer abbauen. So nennen sich die Dinger für die Enter-Taste, Backspace und die Leertaste, die das halt wieder hochschieben, weil das ja größere Tasten sind. Und dann musst du die abbauen und auseinanderbauen und dann musst du da ein bisschen das Fett runternehmen und dann geht das wieder. War ein bisschen schade und hätte ich keinen Chat gehabt, der mir dabei geholfen hätte, wäre ich ganz schön aufgeschmissen gewesen. Alles in allem trotzdem eine unglaublich schöne Tastatur. Hat mich komplett abgeholt und ich würde dir jetzt gerne noch von meinen Switches und der Tastatur einen Soundcheck geben, dass du dir das mal anhören kannst und dir richtig schönes ASMR ins Ohr ballern. Also, viel Spaß. Na, was sagst du? Schon geil, oder? Mich holt das komplett ab. Wirklich, ich habe heute den ganzen Vormittag hier gesessen, habe die Audioaufnahmen gemacht und das war wie ein Gedicht in meinem Ohr und ich habe das so sehr gefühlt und ich finde das so, so schön. Es ist ein Rabbit Hole. Man kann super viel Spaß damit haben. Man kann sich das wirklich so bauen, wie man möchte. Also, wenn man so ein bisschen, wie ich, veranlagt ist und immer so ein bisschen individuell sein möchte, was Technik angeht, ist das genau das Richtige. Und alles in allem, Dankeschön, Glorious, dass ich das ausprobieren durfte als kompletter Anfänger. Also, das war ja wirklich meine erste Tastatur, die ich komplett zusammengebaut habe. Chapeau auch, dass es wirklich mittlerweile scheinbar so simpel ist, dass man nicht irgendwie noch löten muss oder sonst hier ist dergleichen, Messen, dies, das, Ananas machen muss. Das ist wirklich schön. Also, für mich, das hier ist definitiv eine 9 von 10. 10 von 10 gibt es nicht, weil dann wäre es perfekt und perfekt ist immer so eine, ja, finde ich immer ein bisschen schwierig, perfekte Sachen abzudrücken. Deswegen eine 9 von 10, eine sehr schöne Experience. Und falls ihr da wirklich daran Interesse habt und schon immer mal überlegt habt, würde ich euch das sehr ans Herz. Jetzt, Dankeschön, dass du eingeschaltet hast. Es wird demnächst noch mal ein anderes Video kommen mit einer anderen Tastatur, die ich auch zusammenbauen durfte, die in der Konstellation sehr anders ist. Also, da sind andere Switches drin, das ist eine Full-Size-Tastatur und da sind auch andere Keycaps drauf. Also, um euch da auch mal einen Vergleich zu geben, das wird die nächsten Tage vor euch rauskommen. Also, schreibt doch vielleicht einen Kommentar, hau ein Däumchen drauf, abonnier den Kanal und lass mich wissen, wie dir das gefallen hat oder ob du daran Interesse hast. Also, bis dann. Tschööö! Untertitelung. BR 2018